Wird meine Altersrente nach der EM-Rente geringer ausfallen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Anfrage, die wir auf Rentenbescheid24.de erhalten haben. Hallo, ich verfolge Sie immer auf Ihrem YouTube-Kanal. Meine Frage ist, ich bin 1964 geboren, weiblich, habe Anästhesie-Schwester gelernt und bekomme seit gut 10 Jahren eine Arbeitsunfähigkeitsrente. Die Kundin meint wahrscheinlich eine Rente wegen Erwerbsminderung. Ich bekomme so 960 Euro und mit 67 werde ich dann meine Regelaltersrente bekommen. Meine Frage ist, bekomme ich fortlaufend dieses Rentengeld auch in der Altersrente weiter oder wird das weniger? Wenn weniger, wie viel würde das dann sein? Ich sehe, ich habe Sie auf YouTube gefragt, da meinten Sie, ich sollte mal eine Mail schreiben. Herzliche Grüße und so weiter. Also, meine liebe Anfragende, im Grundsatz ist es so, dass die Altersrente, die der EM-Rente folgt, nicht niedriger sein wird als die EM-Rente. Und zwar liegt das an den sogenannten besitzgeschützten persönlichen Entgeltpunkten, die Sie in der EM-Rente haben. Und die sind meistens, ich sage das auch mit Fragezeichen, meistens immer höher als die Entgeltpunkte oder die persönlichen Entgeltpunkte in einer nachfolgenden Altersrente. Da wir das aber aufgrund Ihrer Unterlagen, die wir gar nicht kennen, nicht genau bestimmen können und sagen können, kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, holen Sie sich bitte von Ihrer Rentenversicherung eine Rentenauskunft über die unverbindliche Rentenhöhe Ihrer Regelaltersrente ein. Und zwar die Regelaltersrente, die nach der EM-Rente Ihnen gezahlt wird. Und die Rentenversicherung wird Ihnen dann in dieser Rentenauskunft ganz klar und eindeutig mitteilen, wie hoch Ihre Regelaltersrente dann ausfallen wird. Ich gehe davon aus, so meine berufliche Praxis und auch Kenntnis in vielen hunderten, tausenden Fällen von Rentenberechnungen und Prüfungen von Rentenbescheiden und so weiter, dass die Regelaltersrente im Grundsatz nicht niedriger sein darf als die Erwerbsminderungsrente. Ausnahmen gibt es zum Beispiel, wenn die Rentenversicherung, aus welchen Gründen auch immer, die EM-Rente zu ihren Gunsten zu hoch berechnet hat und das dann bei der Berechnung der Altersrente mitbekommt. Aber auch da gibt es wieder bestandsgeschützte Zeiten, sodass man also hier im Grundsatz davon ausgehen kann, der Besitzschutz nach § 88 SGB VI greift für die meisten aller Fälle. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel